Hallo und herzlich willkommen zurück zum Best of 3 gegen den ZergTV. Auf irgendeiner Map. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Aber ist diese Map besser? Das ist die Wahl. Zu spät, Pylonen gesetzt. Das ist nicht gut. Ist alles okay noch. Das ist eine ziemlich kurze Map. Ja, deswegen gucke ich ja gleich rüber. Oh, 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 oh. Kein Leggy Boy. Leggy Leggy. Keine Echse? Wie, keine Echse? Eine Echse, keine Echse. Jetzt kommt Echse. Er hat Poolforst gespielt. Ja. Oh, das kostet aber viel Mineralien. Drei Stück. Drei Stück. Oh, ganz viele. Alle ist immer gut. Und noch mal durch. Ach, das ist doch doof. Das ist sinnlos, ja. Hast du gezeigt? Ich kann doch mal reingucken. Ja, ne. Der, 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 der Poolforst hat er gleich mit liegen und kommt wahrscheinlich. Ich muss gucken, ob er saturiert hat. Ja, ist er duriert. Oh, Zwerlinge. Eure Sonden werden angegriffen. Mach mir Schönes. Ich geh wieder auf Flieger. Ja, Roaches bring's nicht, oder? Roaches? Ne, ne. Also Schlechts sind Roaches nicht. Aber gegen die schnellen Linge. Hm. Guck mal auf jeden Fall länger rüber. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin. Eure Sonden werden angegriffen. Eure Sonden werden angegriffen. Wir sind. Wir stehen doch schon mal. Ach, wo war was sonst? Wir sind doch niemand auf die Linge. Das sind ein paar mehr. Ich geh mal beides. Das ist sehr gut. Und auf den Oberhof. So muss es sein. Oh, so viele Linge. Was? Oh, der hat eine dritte. Eine Golddexer. Da müssen wir dann gleich go machen. Ja. Wo ist die die Linge, oder was? Ob sie sich in die Linge spielen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf um in die Linge. Ne, das sind zu viele Linge. Inne Spiel, da sind Link, und der andere macht das Ekow. Jetzt können wir Go machen. Na dann los. So, die X auch gleich durch sein. Die ist durch. Andrad Roaches. Okay, ich will auf Kolossi und Sterbliche. Die sterben, Herrlich. So. Bist du? Und, mach die Xe weg. So. Oh. So. Gates, 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 Gates. Wer muss da noch halten können zu Hause? Oh. Ich hab schon wieder zurückgekommen. Ich hoffe. Ihr hört auf mich an. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend. Nicht genügend Energie. Ihr benötigt mehrere Spingas. Das sollte man eigentlich halten können. Jetzt kommen sie. Die X haben wir ein bisschen gekriegt. Das sollte man locker halten. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Wir sind hier. Ich bin hier. Sollten Co. machen. Dann los. Das sind meine Bailinge zu Hause, zur Sicherheit, ne? Ja. Das sind schon nur die Gold, ne? Ja, ja, dann holen wir es wieder. Das sind nur Roaches. Ist das deine Roaches von hinten? Nein. Alles vorbei. Der war eurer Trick. Dann lassen wir das sammeln. Das bauen zu viele Roaches. Das war gut gemacht. Da wollen wir nicht reinkommen. Da wollen wir langsam eine Echse. Ich denke nicht, dass wir jetzt versuchen, uns über uns reinzukommen. Leider meint er schon nur Gold, ne? Das Problem. Was ist das denn? So, lassen wir noch mal einen Go probieren. Mal run rein, mal gucken. Oh, Roaches wurde mir schon. Über die mich drinnen. Ja, für gut Roaches. So, was hier? Ja, die müssen sich auskragen. Ja, die killen aber mein Zeug. Ich kann nicht komplett zurück-switch hier. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Wir versuchen unsere Ecke zu killen. Ja, schaffen sie auch, wie es aussieht. Ja, dann machen wir jetzt einen Base-Straight. Kann halt grad nix bauen. Kann halt auch Birgo machen, das ist das Problem. Oh, oh, ist hier jetzt gekauft. Oh, die Roaches schon hin, dann hole ich mir noch. Weckl ist drauf auf die Base. Der Feind hat uns entdeckt. Bevor sie lockern. Was ist hier dabei, ne? Ja, mitbekommen. Zu spät. Das sind wir durch, ey. Sehr schön. Er ist raus. Wir haben es geschafft. Der TV ist raus. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Das ist noch raus. GG. Oh, das lässt du wieder kommen wollen. Ohne GG zu schreiben, ne? Geht einfach raus. Ja. Nice. Wow, genau. Richtig schönes Spiel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ja, würde ich auch sagen. Wenn wir wieder kurz vorm Meister sind. Ja, bis dahin ausruhen. Auf jeden Fall. Ja, ciao. Dann nicht abonnieren, nicht vergessen. Nicht abonnieren, okay. Nee, abonniert bitte. Nein. Ist so, wie es meint. Genau. Macht's genauso, wie er gesagt hat. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.